Musik Es ist immer toll bei einem Festival, da kommen ein Haufen Leute zusammen, die Locals und welche von draußen und man klettert zusammen, deswegen ist es eigentlich eine super Sache, ja. Musik 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 Wir lernen von uns, lernen von uns, und das ist mein Thema, meine Idee heute, die ich möchte überlesen. Wir sind hier, um die 80er Jahre herzustellen. Und das ist dort, wo wir starten zu shareren, die Wissen, die Wissen, die Wissen, die Wissen, mit special kick. Musik Musik